Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Fortnite-Video. In diesem Video geht es darum, was wir an Waffen bzw. an Items in Fortnite in den nächsten Tagen bzw. Wochen zum OSTI-Event hin halt eben erwarten können. Und zwar wurde durch den heutigen Patch einiges wieder an den Dateien gefunden, mal abgesehen von den Skins, wozu ich natürlich schon ein Video gemacht habe. Also wenn ihr die neuen Skins sehen wollt, die wir bald in Fortnite haben, Battle Royale, dann schaut auf jeden Fall bei diesem Video vorbei. Aber hier gibt es noch drei andere Sachen, die wir auf jeden Fall in Fortnite Battle Royale die Tage bekommen. Und zwar fangen wir direkt mal hier an. Wir bekommen C4. Also ihr wisst ja, was C4 ist. Ihr werft einfach ein Bündchen C4 irgendwo hin und ihr könnt es dann einfach in die Luft jagen, wann ihr wollt. Oder draufschießen, damit es explodiert. Das kennen wir aus sehr, sehr vielen anderen Shootern, wo man einfach eine Ladung C4 auf den Boden wirft. Und dann eben mit dem Auslöser einfach wartet, bis jemand in der Richtung ist, damit man ihn treffen kann. Oder eben draufschießt, damit es eben einfach explodiert. Aber das ist nicht das Einzige, was hier bald bei Fortnite kommen soll. Und zwar sollen auch Gasgranaten kommen. Ja, wir haben ja schon Smokegranates und normale Nades. Und die Gasgranaten werden wohl Rauch wahrscheinlich ein bisschen haben, beziehungsweise ich denke, dass man immer einiges besser sehen kann. Aber ich glaube, wenn ich das auf den Gegner schmeiße, werde ich dem bestimmt etwas an Gesundheit halt einfach wegnehmen. Weil eine Gasgranate auf den Gegner gehe ich stark davon aus, dass es ihn verletzt, aber nicht zu sehr. Aber ich denke, es kann sehr, sehr nervig sein, vor allem, wenn man die nimmt und zum Beispiel eine Base reinschmeißt. Ja, und das letzte Item, beziehungsweise die letzte Waffe, die zum Osterevent hinkommen wird, ist der Egg Launcher. Also, wir kennen ja schon unseren Granatwerfer, der war ja zur Weihnachtszeit ein Snowball Launcher, wo also Schneebälle rauskamen. Unser RPG war zu Halloween beispielsweise mit einem Kürbiskopfhorn drauf. Und jetzt haben wir zu Ostern dann einen Eierwerfer, also wir haben einen Granatwerfer. Ihr seht hier so ein kleines Bunny drauf, also wir haben so ein kleines Osterhisschen drauf. Aber wir werden zu Ostern hin, beziehungsweise wann das Event halt anfängt, auf jeden Fall unseren Snowball Launcher, unseren Granatwerfer eben haben. Aber er wird dann Eier schmeißen anstatt Granaten. Ich stelle mir das übrigens lustig vor, ich finde es cool, dass es vor allem solche Updates macht. Was haltet ihr von den Items, die bald kommen werden? Schreibt das in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream.